Warum hast du dich für ein Studium an der WLH entschieden? Ich habe etwas in der Nähe gesucht und deshalb kam das ganz gelegen. Wie war dein erster Eindruck von der Atmosphäre? Alles sehr freundlich zu Hause und ganz entspannt hier. Netflix oder Prime? Netflix. Bist du für das Studium extra hierher gezogen? Nein. Couch oder Club? Eher die Couch. Wofür kannst du dich richtig begeistern? Eigentlich für jeden Sport, aber vor allem Fußball. Wenn man dich nicht in der Uni findet, wo findet man dich dann? Im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder halt eben auf der Couch. Wofür würdest du 10 Millionen Euro ausgeben? Für ein Riesenhaus und ein sehr schönes Auto. Warum hast du dich für ein privates Studium entschieden? Damit ich in kleinen Gruppen lernen kann. Gin oder Wodka? Wodka. Was war dein erster Eindruck von den höheren Semestern? Sind alle sehr nett und auch sehr hilfsbereit, wenn man Fragen zu wer das hat. Pizza oder Burger? Pizza.